Studiert habe ich Biologie und Sport auf Lehramt. Meine Leidenschaft für Ameisen habe ich beim Schreiben meiner Examsarbeit entdeckt. Ameisen und die Anwendung in der Schule. Schon damals war mir das entdeckende Lernen sehr wichtig. Rausgehen in die Natur, die Ameisen beobachten und dann kommen die Fragen von ganz alleine. Und mit dem Wissen kommt die Wertschätzung. So schließt sich der Kreis zu meiner zweiten Berufung, der Umweltbildung am Beispiel von Ameisen. Schon früh habe ich den Rebell in mir entdeckt, habe gegen die Einschätzung meiner Grundschullehrerin mein Abitur gemacht und trotz Übergewicht Sport studiert. So lebe ich heute meinen Schülern vor, dass man an seinen Zielen festhalten soll, auch wenn es mal schwierig wird. So fordert mich die Aussage, wir haben ein Problem förmlich heraus, all meine Kreativität, Abenteuerlust und Durchhaltekraft einzusetzen, um neue Wege zu gehen, die eine Lösung bieten. So zum nächsten Mal. Bye. hottestWS. Bye. Vielen Dank.